Wir zählen alles. Wir zählen unsere Kalorien, wir zählen unsere Herzschläge, wir zählen unsere Sit-Ups oder was, aber wir zählen keine Atmung. Das machen wir nicht. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens. Atmen ist wie Autofahren. Die meisten denken, sie machen es richtig gut. Aber kann man denn auch falsch atmen? Und was bedeutet das genau? Kann man zu viel oder auch zu wenig atmen? Und was ist besser? Durch die Nase oder durch den Mund? Mein heutiger Gesprächspartner hat sich genau mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Dr. Igor Egorov interessierte sich schon früh für die Zusammenhänge, wie unser Körper als Organismus funktioniert und weshalb er sich während seines Medizinstudiums für die Fachrichtung der inneren Medizin entschied. Aktuell ist er der wissenschaftliche Leiter der Cell Air Group und der CEO des Unternehmens Cell Gym. Er gehört zu den führenden Hypoxie-Experten Deutschlands. Heute spreche ich mit ihm über sein neuestes Buch 10 Atemzüge und nie wieder müde. Herzlich Willkommen, Dr. Med. Igor Egorov. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ich habe ja schon Ihr Buch angesprochen. Es ist, glaube ich, Ihr zweites Buch, wenn ich es richtig weiß, was am 1. September diesen Jahres rauskommt. Wenn wir das Gespräch aufnehmen, ist es noch gar nicht rausgenommen. Aber wenn der Podcast erscheint, dann ist das Buch ein Tag auf dem Markt. Ich hoffe, es hat einen fulminanten Start gehabt. Und wir haben es, als wir das Buch gelesen haben, hier im Urlaub, äh, im Urlaub, Gott, das ist ja ein interessanter Versprecher, im Büro schon mal den Atemanhaltetest ausprobiert. Das heißt also, damit fängt ja Ihr Buch gleich an, wo man dann sehen kann, wo man eigentlich steht in Sachen Atmung. Und vielleicht können Sie einmal diesen Test unseren HörerInnen näher bringen, was man da genau machen muss. Ja, der Buch beginnt mit dem Test. Und das war auch so gewollt, weil die Atmung nehmen wir als Gott gegeben eigentlich so hin. Wir atmen und dann ist gut. Wir geben uns damit quasi zufrieden und denken nicht darüber nach, dass vielleicht wir auch die Atmung optimieren könnten oder dass wir vielleicht was falsch machen. Weil im Grunde kommt ja alle, kommt ja jeder eigentlich mehr oder weniger durch das Leben mit dem, wie er oder sie atmet. Ähm, ist richtig. Wir haben aber wahrscheinlich selten Gedanken, wofür brauchen wir das? Das ist nun halt da, ja. Andererseits wissen wir, wenn die Atmung bloß nicht mehr funktioniert, mach mal einfach den Test mit dem Kopfkissen aufs Gesicht, dann ist quasi, da ist ja Aufregung groß, ne. Das bedeutet, irgendwie wissen wir schon, dass es lebensnotwendig ist, aber viele Gedanken darüber machen wir uns nicht. Das ist einfach da, ja. Wir zählen alles. Wir zählen unsere Kalorien, wir zählen unsere Herzschläge, wir zählen unsere Sit-Ups oder was, aber wir zählen keine Atmung. Das machen wir nicht, weil das ist einfach da und wir sterben. Ja, wir sterben nicht, das ist, das ist, aber ob wir perfekt leben, wissen wir nicht. Der Test, der in meinem Buch als erstes angeboten wird, zeigt Ihnen und zeigt mir, wie ist es mit meiner Atmung und mit meiner Energiebereitstellung bestellt. Warum Energie? Weil, wofür brauchen wir Atmung? Wir brauchen Atmung als Zulieferer von Sauerstoff. Wofür brauchen wir Sauerstoff? Damit wir Energie produzieren. Das heißt, wir zählen Kalorien, das sind eigentlich Brennstoff, aber eigentlich diese, die Umgebung, wo das verbrannt wird, das lassen wir aus der Art und das ist ein sehr, sehr großes Missverständnis. Das ist ein sogenannter kognitiver Falle. Wir zählen zwar Kalorien, die wir zu uns zuführen, aber wo das verbrannt wird, die Umgebung, das lassen wir aus der Art und das ist unsere Atmung. Die Atmung ist dafür da, dass wir einfach diesen Brennstoffoptimierer oder Brennstoff überhaupt ermöglicher zu uns bekommen. Das ist Sauerstoff. Und wie Sauerstoff, wie viel wir davon haben, wie wir das verwenden, da sagt uns dieser Test, was sehr vieles darüber. Das heißt, wenn ich in diesem Test den Atem lange anhalten kann, bedeutet das, dass der Körper perfekt mit Sauerstoff umgehen kann. Wenn Sie aber ganz, ganz kurz Ihre Atmung anhalten können, bedeutet das, Sie haben Energieproblematik. Der Körper kann Sauerstoff nicht gut verwerten. Vielleicht bekommt er noch was aus der Luft, aber bei der Abgabe an die Zelle gibt es Probleme und die Zelle kann diesen Sauerstoff nicht so gut verwerten. Somit können Sie nicht so viel Energie bekommen und somit haben Sie Probleme und jeder hat seine eigenen. Die anderen schlafen schlecht, die anderen können schlecht körperliche Übungen machen und wir auch immer. Das ist wichtig oder auch nicht denken, das ist unterschiedlich. Sauerstoff ist dafür da, damit Ihre Kalorien verbrennen. Und wenn Sie Sauerstoff, weil Sie Aufnahmeproblematik haben, Transportproblematik haben oder Sauerstoffverwertungproblematik haben, werden Sie wenig Energie haben. Das ist es. Ja, vielleicht einmal ganz kurz zu dem Test, damit unsere HörerInnen Ihnen einmal kurz nachvollziehen können. Damit ich ihn richtig wiedergebe. Wir atmen einmal durch die Nase ein und wieder aus, nochmal wieder ein und wieder aus, also enden mit der Ausatmung. Und dann stoppe ich die Uhrzeit, wie lange es dauert, bevor mein natürlicher Instinkt mir sagt, ich möchte dringend wieder atmen. Es geht nicht darum, die Luft anzuhalten, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern es ist so dieser Moment, wo der Körper sagt, jetzt muss ich mal schlucken oder jetzt muss ich ganz dringend wieder atmen. Ist das soweit richtig oder? Das ist richtig. Es geht nicht darum, wer ist der Tollste und wer länger durchhält. Weil Menschen mit einem starken Willen können sie natürlich durchhalten, bis sie umfallen. Das ist ja klar. Darum geht es nicht. Es geht darum, wann Ihr Körper Ihnen tatsächlich ein Signal gibt, jetzt atmen bitte ein. Das heißt, wie lange der Körper ohne zusätzlichen Sauerstoff aushalten kann. Und das können nur Sie wissen. Das kann ich nicht wissen und auch Ihr Nachbar nicht. Das bedeutet, in dem Moment, wo sich diese Zweigfellgeschichte zusammenzuckt oder Sie tatsächlich einen Impuls bekommen, jetzt muss ich einatmen, das ist schon der Punkt, wo der Körper sagt, okay, jetzt reicht es, jetzt brauche ich eine andere Portion Sauerstoff. Also nicht durchhalten, sondern bitte einfach auf sich achten. Frauen sind da besser als Männer. Ich habe das jetzt ein paar Mal dann ausprobiert, als ich Ihr Buch gelesen habe und ich lag immer in diesem Fenster zwischen 20 und 25. Damit bin ich ziemlich Mittelmaß, so habe ich gelernt. Richtig schlecht wäre ich, wenn ich unter 10 Sekunden bin. Aber das Ziel Ihres Buches ist ja eher, über 40 zu kommen, wenn ich das richtig verstehe. Boah, das wäre schon gut. Ich meine, ich kann mich an meine Jugend erinnern. Da bin ich, ich war Schwimmer, ich war Profischwimmer. Und wir sind dann getaucht und ich konnte 75 Meter, also die Bahn war 25, 75 Meter ohne Probleme einfach tauchen und unter Wasser schwimmen. Und das war tatsächlich weit über eine Minute damals. Ja, also jetzt bin ich für Sie, wie tatsächlich, das war Ihre Frage am Anfang, wir atmen falsch im Leben, wir überatmen. Und man hat festgestellt, das war ein sehr berühmter ukrainischer, ein sowjetischer Wissenschaftler, Konstantin Buteyko, man hat natürlich seinen Namen gehört, auch im Westen, der sehr viel geforscht hatte in diesem Bereich. Der war zuletzt zu sowjetischen Zeiten in einem wissenschaftlichen, da gibt es so wissenschaftliche Städte bei Novosibirks mit 200 Mitarbeitern in seinem Labor. Und sie haben nur an der Atmung geforscht für sowjetisches Space-Programm. Und er hat festgestellt, dass tatsächlich im Laufe des Lebens, wir gewöhnen uns auch an zu viel zu atmen. Das ist wie eine Droge. Es geht sehr schnell. Im Körper gibt es einen Klick in dem Moment und der Körper stellt sich darauf ein, auf die neuen Umstände. Und diese neuen Umstände, dass wir zu viel atmen, wir zu viel reden, dabei atmen wir auch zu viel, führt dazu, dass wir diese Sauerstoffknappheit gar nicht mal aushalten können. Aber was ist die Sauerstoffknappheit? In dem Moment, wo wir nicht atmen, warum ist dieser Impuls da? Steht im Körper CO2, also Kohlendioxid. Darauf sind wir getrimmt durch unsere Nervenrezeptoren im Gehirn, im Gefäßen, also im Gehirn. Und wenn das steigt, müssen wir wieder einatmen. Und wenn wir uns aber daran gewöhnen, dass wir immer mehr atmen, ist dieser Level von CO2 nicht so hoch. Und wir gewöhnen uns daran. Aber das ist verhängnisvoll. Weil je niedriger ist CO2-Level, desto schwerer geht die Abgabe von Sauerstoff in die Zelle. Das hat sich dann nicht geändert. Somit atmen wir zu viel. Wir haben wenig CO2-Toleranz in dem Moment und können Sauerstoff nicht gut verwerten. Und da beginnt der Teufelskreis. Sie sagen ja in Ihrem Buch insgesamt, dass wir, ich glaube, Sie sagen, die Zahl 40 Prozent der Menschen auf jeden Fall falsch atmen, weil sie überwiegend durch den Mund atmen. Und das, finde ich, ist ja ein Punkt, der sehr interessant ist, weil mir das nicht so bewusst war, dass man wirklich so eine Abunterscheidung da hat. Also ich hätte gedacht, naja, ob Mund oder Nase, Hauptsache es kommt Luft rein. Aber da sagen Sie, nein, also ganz klar, die richtige Atmung, und das ist für mich die größte Überraschung, selbst beim Sport ist die Nasenatmung. Richtig, richtig. Ich darf Sie beruhigen, Sie sind nicht der Einzige, der darüber keine Gedanken macht. Ich hatte als Arzt mir auch keine Gedanken darüber gemacht. Ganz lange Zeit habe ich mir damit überhaupt nicht ausgesetzt, weil meine Prämisse war auch genauso, na, da kommt Luft rein, dann stimmt schon alles. Das ist schon in Ordnung. Als Anästhesist auch. Hauptsache die Sättigung stimmt. Falsch. Falsch. Mundatmung ist unphysiologisch. Deswegen alle Trainingsgeräte, die tatsächlich mit der Mundatmung einher, also irgendwas durch die Mundatmung trainieren, im Bereich der, zum Beispiel, Atemtraining, ist wirklich ganz genau zu hinterfragen. Nase ist fürs Atmen da und Mund für andere Sachen. Auch schöne Sache, aber nicht... Essen, Sprechen, Küssen. Zum Beispiel, ja. Oder wenn man richtig schnell laufen muss, also Sprint oder sowas. Ja, Mundatmung. So war das in der Geschichte der Menschenphysiologie. Das heißt, sobald wir durch den Mund atmen, ist es Alarm. Ist es, wir haben, wir schütten auch dann die Stresshormone aus. Das ist miteinander vergesellschaftlich. Also wenn wir von einem Sabelzahntiger weglaufen müssen, klar, Mundatmung da. Aber wenn wir trainieren, wenn wir normal leben, atmen wir durch die Nase, dafür ist die Nase da, sonst hätten wir auch die nicht gebraucht. Und sobald wir durch die Nase atmen, vor allem in unseren Zeiten, Covid-Zeiten, mein Gott, da wird ein spezieller Gas freigesetzt vom Körper, heißt Stickstoffoxid, NO, kennt man das. Und Stickstoffoxid ist dafür da, damit die Lungengefässe sich weiten, damit die Sauerstoffaufnahme sich verbessert, damit die Bakterien abgetötet werden und hat noch ganz, ganz viele andere Funktionen. Wenn wir durch den Mund atmen, A, kommt das nicht hin, also das heißt, im Mund wird kein Stickstoffoxid gebildet und der Körper braucht das, sonst würde es nicht machen. Man hat festgestellt, zum Beispiel, es gab eine interessante Studie, bei Männern mit Erektilendysfunktionen, also das heißt mit Störungen des Sexlebens, mit Störungen der Erektion, da hat man bei denen tatsächlich so eine Gruppe von Männern, die Polypen entfernt aus der Nase, Nasenschleimhautpolypen, und da hat sich ihre Erektilfunktion verbessert, weil sie wieder durch die Nase atmen können. Weil NO ist nichts anderes als Viagra, nur halt vom Körper bereitgestellt, ohne Nebenwirkungen. Ist schon interessant, oder? Es ist total interessant, also insgesamt, wenn man sich anschaut, welche Probleme durch falsche Atmung entstehen können, beziehungsweise was einem alles besser geht, wenn man richtig atmet, dann muss man sagen, gibt es einen Grund mehr, sich mit dem Thema wirklich intensiv zu beschäftigen. Ich hatte jetzt neulich gerade ein Gespräch mit Nina Ruge, die hat sich ja auch mit dem Thema, wie wir länger leben können, oder Verjüngung ist möglich, heißt ja ihr neues Buch, und da hat sie ja das Thema Lebensstil und da hat sie dem Thema Atmung ein extra Kapitel gewidmet. Also sie sagte, dass das Thema Atmung genauso wichtig ist wie die Ernährung, wie das Thema Bewegung, wie das Thema Schlaf. Und ich glaube tatsächlich, da ist der Punkt, weswegen auch die Daseinsberechtigung für ihr Buch einfach da ist, weil wir einfach das ständig vernachlässigen. Und da komme ich nochmal zu einem Punkt, der mir besonders gut gefallen hat. Das ist ja auch eine der wenigen Dinge, die wir steuern können. Wir können ja sozusagen nicht steuern, wie unser Magen arbeitet oder wie unsere Leber entgiftet oder wie unser Herz schlägt. Also Herz schlägt kann man ein bisschen durch die Atmung beeinflussen, aber die Atmung ist ja eines der wenigen Mechanismen im Körper, die ich auch ja direkt kontrollieren kann. Absolut richtig. Und deswegen können wir über Atmung bestimmte Sachen, die wir sonst nicht steuern können, kontrollieren. Also erstmal, ich möchte zu diesem Buch von Nina Ruge und ihrem Co-Auto, ich finde das Thema wahnsinnig interessant. Das Thema ist sowas von gut, weil es gibt immer mehr Ansätze, wo wir tatsächlich über das Altern als Krankheit sprechen. Das ist natürlich vielleicht nicht so krass, aber bestimmte Funktionen, die wir mit der Zeit verlieren, können wir noch aufrechterhalten, auch durch das richtige Atmen. Ich habe gestern oder vorgestern eine sehr schöne Sendung gesehen über Edith Piaf. Und ich wusste nicht, dass sie mit 47 gestorben ist. Und ich habe sie angeschaut im letzten Jahr ihres Lebens in diesem Film und sie war richtig eine alte Frau. 47 ist für uns kein Alter. Ich bin 60 nächstes Jahr. Also ich habe viel vor und wir leben in einer ganz anderen Zeitschiene mittlerweile. Nina Ruge mit ihrem Buch zeigt das auch ganz deutlich und interessant, was man so alles machen kann, damit man lange gesund und jung bleibt. Und aus meiner Sicht, an erster Stelle steht die Atmung, an zweiter Stelle steht die Ernährung und an dritter Stelle aber vielleicht auch übergreifend steht mentale Anstellung. Also das, was man so im Kopf hat. Ihr Titel des Buches ist ja Zehn Atemzüge und nie wieder müde. Und da kommen wir wahrscheinlich auf das Thema, ich hatte neulich auch ein Gespräch über das Thema Hypoxie. Wir haben ja auch in Hamburg so eine Hypoxie-Kammer, die für aktive Aktivität in der Höhe genutzt wird. Und da geht es ja immer um die Mitochondrien. Die Mitochondrien, Sie sind der Mediziner, aber so wie ich es beschreiben würde, sind ja die Kraftwerke in unseren Zellen. Also das sind ja die Energietreiber dann in dem Sinne. Und ohne Atmung oder ohne die richtige Atmung funktionieren die Mitochondrien ja auch nicht, wenn ich das richtig verstehe, oder? Absolut richtig. Ich habe in meinem Studium auch so gelernt, Mitochondrien sind dafür da, damit sie Energie bereitstellen. Das ist ihre primäre Aufgabe. So wie es im Körper Organe gibt, gibt es in der Zelle auch Organe. Weil die Zelle klein ist, heißen sie Organellen, weil sie klein sind. Und Mitochondrien sind eine der wichtigsten Organellen in der Zelle. Und ihre primäre Aufgabe ist, Energie bereitzustellen. Und, wie machen sie das? Sie verbrennen einfach die Nährstoffe. So wie sie, sie kennen doch Lagerfeuer. Jeder kennt Lagerfeuer. Lagerfeuer wird nicht funktionieren, wenn wir keinen Sauerstoff haben. Genauso in Mitochondrien. Es funktioniert nicht, wenn wir keinen Sauerstoff haben. Es gibt kein Lagerfeuer. Und diese Optimierung von dieser Funktion des Verbrennen der Nährstoffe, die kann man über Atmung beeinflussen. Dafür hat der Körper ständig Energie. Und ohne diese Energie können wir nicht mal ein paar Sekunden überleben. Das geht nicht. Aber da komme ich dann wirklich zu dem Punkt, der mich ja dann wirklich interessiert. Weil warum soll ich dann in die Hypoxie gehen? Also für alle HörerInnen, die nicht wissen, was die Hypoxie ist. Die Hypoxie bedeutet ja, dass wir unter die normale Sauerstoffversorgung gehen. Wir haben ja normalerweise jetzt hier, wenn wir in Hamburg sind, Sie sind in Berlin, da haben wir ja knapp 21 Prozent Sauerstoff in der Luft. Wenn man in die Hypoxie geht, reduziert man den Sauerstoffgehalt auf, sage ich mal, 14 Prozent. Und dadurch sinkt die Sauerstoffsättigung im Blut auf, ich sage mal, bis maximal 80 Prozent, weil sonst kriegt man Kopfschmerzen. Aber so irgendwo, wir trainieren bei uns in Hamburg irgendwie in dem Bereich so zwischen 80 bis 85 Prozent Sauerstoffsättigung. Und macht das dann Sinn, wenn ich bei Ihrem Lagerfeuerbeispiel bleibe, wenn ich dem Lagerfeuer, also wenn ich zu Hause in den Kamin die Luftversorgung ein bisschen runterziehe, dann brennt das Feuer nicht mehr so heiß. Also warum ist das gut für meine Mitochondrien? Weil, also sehr, sehr interessante und gute Frage, warum ist das gut? Weil der Körper kann sich nur verbessern, wenn er einen gewissen Mangel erfährt. Sonst geht es nicht. Ich sage, also ich frage Sie, wenn Sie Ihrem Kind, also wenn Sie Ihr Kind erziehen wollen, dass Ihr Kind mit 100 Euro, sagen wir am Tag, gut auskommen soll, geben Sie ihm 500 Euro am Tag oder 50 Euro? Ist doch ganz normale Frage, ne? Ich meine, wissen wir die Antwort. Ich meine, wenn ich ihm 50 gebe, da kommt es auch mit 100 Euro aus. Wenn ich aber 500 gebe, jedes Mal 500, und dann nehme ich das wieder weg, da kommt das Kind damit nicht klar, auch der Erwachsene nicht. Nicht wahr? So, und das ist, die Gesetzmäßigkeiten, die sind alle gleich. Und das ist genauso im Körper. Wenn ich dem Körper überangeboten bestimmten Sachen immer wieder mache, selbst auch wenn das Vitamine sind, dann bringe ich ihn in eine Situation, wo er dafür quasi nicht kämpfen muss. Und wenn da irgendwie Mangel entsteht, Problematik, wer auch immer, oder mehr Herausforderung, da kommt er mit nicht klar. Wenn ich aber in der Durchdringung das was wegnehme, dann muss er damit klarkommen. Im Englischen heißt es Coping. Also er muss damit klarkommen, er muss Mechanismen aufbauen, die ihm erlauben, damit klarzukommen. Und das ist Hypoxie. Und Hypoxie bedeutet weniger Sauerstoff. Also eine Hypoxie durchs Atmen entsteht, wenn wir einfach weniger Moleküle haben. Das kennen wir, wenn wir in die Berge gehen, weil da gibt es weniger Moleküle, weil es die Luft ist einfach, wird dünner. Also einfach, es ist immer noch 21 Prozent. Aber 21 Prozent von 1000 und 21 Prozent von 100 sind unterschiedliche. Also wenn ich 21 Prozent von 1000 Euro habe, 210 Euro. Von 100 ist 21 Euro. Aha, kann schon weniger machen. Genauso mit der Luft ist es das. Und dann muss der Körper damit klarkommen. Und das ist Alarm für ihn. Und dafür haben diese Nobelpreisträger auch dann geforscht. 2019 haben sie den Nobelpreis bekommen. Weniger Sauerstoff setzt im Körper eine ganze Reihe von Mechanismen in Gang, die dazu da sind, dass ich egal wie Energie produziere. Weil ohne Energie sterbe ich. Sofort. Man kann Energie nicht auf Vorrat produzieren. Das geht nicht. Wir müssen Mechanismen auftrainieren, aufbauen, die uns das immer ermöglichen. Wie Klavierspiel. Wenn ich mehr brauche, dann wird auch das gespielt. Ich kann es nicht auf Vorrat machen. Unser Fett am Körper, im Körper ist keine Energie. Das sind nur quasi Brennholz. Und dafür brauche ich Sauerstoff. Sauerstoff muss dahin, damit ich dieses Fett verbrennen kann. Sonst kann ich mit dem Gebrädenkontor auch sterben und habe immer noch wenig Energie. Und Hypoxie ist eine der Methoden, das perfekt organisiert. Das heißt, wenn ich immer wieder in diese Hypoxie komme, wenn ich wieder in diese Reiz setze, wenn ich glaube, oh, schwierig, ich muss alles optimieren, damit ich sofort auch wirklich im, wie nennt man das auf Deutsch, Hand umdrehen oder auch immer, diese Energie produzieren kann, dann kann euch auch Fett verbrennen. Klar. Ich fand das ganz interessant. Das war eine der ersten Dinge, die ich im Landsauhof gelernt habe, als ich da noch gar nicht gearbeitet habe. hat man dann festgestellt, dass ich zu flach atme, also dass ich nicht das volle Volumen meiner Lunge ausnutze. Und das hat dazu geführt, dass wenn ich dann sehr lange in so Meetingsräumen sitze mit sehr vielen Menschen, dass ich immer dann sehr früh in diesen erst Konzentrationsschwierigkeiten bekam und dann in diesen Sekundenschlaf so reingefallen bin. Und da hatten mir dann auch die Therapeuten bei uns gesagt, habe ich gemeint, ja, was mache ich jetzt? Soll ich noch mehr einatmen? Und da haben die gemeint, nein, du musst dich einfach auf die Ausatmung konzentrieren, weil wenn nicht alle in dem Raum ohnmächtig werden, ist noch genügend Sauerstoff da. Du verwertest ihn nur nicht richtig. Das heißt also, wenn ich komplett meine Lunge einmal entleere und dann wieder einatme, kommt auch wieder genügend Sauerstoff an. Und das Spannende daran ist, das habe ich seitdem beherzigt und immer, wenn ich irgendwo eine Situation habe, wo ich müde werde, muss ich mich wirklich nur auf meine Ausatmung konzentrieren für zwei Minuten und dann bin ich sofort wieder da. Das ist besser als jeder Espresso, es ist besser als Zucker, keine Ahnung was. Es macht mich sofort wieder wach. Deswegen fand ich ja auch den Titel Ihres Buches so spannend, wo Sie sagen, eben halt zehn Atemzüge und nie wieder müde, weil es hundertprozentig das wiedergibt, was ich auch erfahren habe. Sie trainieren jetzt ja aber mit Ihrer Firma Cellgym, trainieren Sie ja quasi diese Situation, dass wir eine Sauerstoff Unterversorgung haben mit der Hypoxie und gehen dann aber auch anschließend wieder in die Überversorgung, das heißt in die Hyperoxie heißt das, glaube ich. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Es gibt eine Methode, wo wir zuerst, also wie ich wirklich bildlich gesehen, ich nehme sie, bringe sie in die Berge, da haben wir Hypoxie und dann bringe sie wieder runter und stelle unter ganz leichter Sauerstoffdusche. Das heißt, wir erfahren sowohl ganz wenig Sauerstoff und etwas mehr Sauerstoff. Dieses Pendel hin und her bedeutet für unsere Zelle wirklich extreme Reize und diese Reize, sie trainieren diese Zelle. Und wir müssen einfach verstehen, dass Leben in einem Überfluss von allem macht uns meistens sehr widerstandsunfähig. Könnte sein, dass wir unter diesen Bedingungen etwas auch länger leben und auch dass es uns gut geht. Meistens ist es nicht so. Meistens ist es so, dass wir im Überfluss kranke Gefäße bekommen, Herzinfarkt bekommen, dass wir Diabetes bekommen und wir haben zwar alles, wir haben Geld, wir haben ein Auto, wir haben eine warme Wohnung, aber uns geht es nicht gut. Und das ist das, was Wim Hof macht zum Beispiel. Alles wegnehmen, wegnehmen, wegnehmen. Das ist wichtig. Trainieren. Durch Mangel kommt das Training. Da kann ich Ihnen wirklich eine Geschichte zu erzählen. Ich habe Wim Hof mal kennengelernt vor einigen Jahren und da haben wir tatsächlich seine Tammo-Atmung mit ihm da gemacht und ich war mir ganz sicher, dass ich eine Lebensmittelvergiftung da hatte. Ich hatte da, wir waren in Florida, es gab da ein großes Buffet und ich habe dummerweise den Fisch vom Buffet genommen und ich glaube, der wollte wieder raus. So, und mir ging es wirklich sehr, sehr, sehr schlecht und dann haben wir damit, hat Wim Hof dann mir dann seine Atmung da erklärt und dann dieses, ja, es sind glaube ich immer 30 Atemzüge ein- und ausatmen, dann hatten wir für eine Minute die Luft angehalten, wieder 30 Atemzüge, dann für 90 Sekunden, wieder 30 Atemzüge und dann für zwei Minuten. Danach ging es mir super. Es war wirklich alles im wahrsten Sinne des Wortes gegessen. Also ich hatte dann auf einmal wieder so viel Energie, mir ging es überhaupt nicht mehr schlecht und seitdem bin ich, bin ich ein großer Fan, dusche nur noch kalt und konzentriere mich eben halt auch auf solche Atemtrainings, aber es ist schon faszinierend, welche Reparaturmechanismen durch etwas wie Atmung ausgelöst werden. Also das war für mich eine der größten Wunderheilungen, muss man wirklich sagen, die ich bisher in meinem persönlichen Leben erlebt habe. Großartig. Also ich kann Ihnen nur dazu, ich kann Sie dazu nur beglückwünschen, dass Sie tatsächlich das erlebt haben. Ich erlebe das sehr oft mittlerweile, weil ich beschäftige mich aufgrund quasi des Verlaufs meines Lebens tatsächlich mit der Atmung und ich merke, was für ein enormes Potenzial diese Möglichkeit für uns bereitstellt und wie einfach das geht und das kostet meistens auch nichts. Das ist das, der Körper kann es selber machen, lassen bloß. Was unser Problem ist, aus meiner Sicht, ist Angst an Gewohnheiten zu verlieren. Also wir geben unsere Gewohnheiten nicht so gerne wieder weg. Wir behalten sie. Egal wie das geht, aber selbst wenn es schlecht ist, aber das kennen wir. Und das, das Neukanzler, das ist eine mentale Sache, ist ein bisschen schwierig dann. Meistens ist es besser, kennt ja jeder auch, in allen Lebensbereichen. Meistens was, das was ganz neu kommt, ist besser. Aber wir haben da Angst. Und genauso mit der Atmung. Im Laufe des Lebens atmen wir immer mehr und immer mehr und immer mehr. Was bedeutet das? Wir atmen zu häufig und zu flach. Wir atmen in den Brustkorb, nicht in den Bauch, das was Sie gemacht haben, mit Wim Hof, obwohl da durch den Mund geatmet wird. Trotzdem ist es eine Bauchatmung. Und wenn wir in den Bauch atmen, betätigen wir unseren, einer der wichtigsten Muskeln im Körper, das ist Sveschfell. Und dieser Muskel ist dafür da, damit wir atmen können. Massiert Bauch, also quasi Eingeweide, die ganzen Organe, die im Bauch liegen, bis zum kleinen Becken, das ist ganz wichtig, und lässt uns einfach, und ist mit Vagusnerv verbunden. Vagusnerv war jetzt wirklich, die letzten Jahre, hatten wahrscheinlich ganz viele ihrer Hörer darüber gehört, ganz wichtig, zur Entspannung, zur Regenerierung und so weiter. Und durch dieses Atmen können wir auch Vagusnerv aktivieren oder quasi reizen, was uns in einem meditativen Zustand sogar versetzen kann. Deswegen, in der Meditation, zum Beispiel, wird nicht in den oberen Brustkorb geatmet, sondern in den Bauch. Sieht nicht schön aus, weil wir wollen alle rank und schlank und tatsächlich irgendwie gar keinen Bauch am besten haben. Pusterkuchen, da müssen wir hineinatmen, damit es uns gut geht. Babys atmen alle in den Bauch. Wenn Sie ein Baby angucken, Baby macht, atmet nie in den Brustkorb, in den oberen Brustkorb, immer in den Bauch. Weil Babys, es ist egal, ob sie gut aussehen oder nicht. Wir versuchen, das nicht zu tun. Deswegen, also ich glaube, nur noch mal, wir müssen an dieser Stelle noch mal, um auch die letzten HörerInnen davon zu überzeugen, A, ihr Buch zu kaufen und B, sich mit dem Thema Atmung auseinanderzusetzen. Also man sieht insgesamt besser aus, weil es auch gut für die Haut ist. Man wird Nackenverspannung los. Bei den Männern kann man Potenz verbessern. Man kann abnehmen, ohne zusätzlich sich bewegen zu müssen, weil einfach eine bessere Verstoffwechselung oder eine bessere Verbrennung der Kalorien stattfindet. Die Organe funktionieren besser. Man kann gewisse Krankheiten durch das Immunsystem stärken. Man kann verhindern, dass gewisse Viren es zu leicht gemacht wird, dass sie aufgenommen werden. Habe ich noch was vergessen? Also ich glaube, die Liste ist noch deutlich länger, wenn ich Ihr Buch noch mir so vor Augen stelle. Die Liste ist viel länger, weil das ist eine quasi unspezifische Methode. In dem Moment, wo ich weniger atme, setze ich Veränderungen in allen Zellen im Körper. Ich kann nicht sagen, ich mache das für die linke oder für die rechte Niere oder für Leben. Nein, alle Zellen reagieren darauf. Und dieses Training bringt den Körper dazu, sich tatsächlich zu verjungen. Tatsächlich verjüngt sich mit der Mitochondriale Pool und die Zellorganellen und die Energieversorgung. Also es wird alles geschmeidiger. Also wir können die Zeit zu einem gewissen Punkt zurückdrehen. Und wenn wir das immer wieder machen, diese quasi Sauerstofffasten, dann können wir ganz lange gesund und fit bleiben. Ob wir länger leben, weiß ich nicht. Darüber gibt es keine Studien. Aber gesund länger leben, das ist das Ziel letztendlich. Und das verstehen Menschen, glaube ich, ab 50. Bis 50 ist ein bisschen schwierig. Also ich muss mich an mich selber erinnern. Ich hatte tatsächlich, bis ich da 50 war, überhaupt keine Gedanken darauf verschwendet, was ist denn dann irgendwann, etwas älter zu werden. Weil da scheint das Leben endlos zu sein. Du hast Energie ohne Ende. Du kannst alles machen. Also quasi im normalen Fall. So. Und dann irgendwann merkt man, okay, also so wie es früher war, ist es nicht mehr. Und wenn wir eine Methode hätten, die das wieder herbringen könnte, das wäre doch großartig. Und aus meiner Sicht, als Arzt, als Wissenschaftler und als Experte, der sich tatsächlich mit Atmung beschäftigt, das ist die Basis von allem. Weil es bringt ja nichts, wenn ich immer wieder etwas schlucke, ob es Vitamine sind oder Q10 oder PQQ oder weiß, weiß ich, was man so alles, nein, es ist immer noch von außen. Versuche doch, was von innen zu machen. Übernehme die Verantwortung. Mach was für dich. Es ist nicht schwierig. Atme weniger. Das war's. Ja, und atme durch die Nase. Und das finde ich wirklich den Schwanzbereich. Ich habe es jetzt heute auf dem Weg hierher, ich fahre mit dem Fahrer zur Arbeit, habe ich dann mich dabei erwischt, wie ich dann auf einmal dann doch wieder durch den Mund geatmet habe. Das heißt also, und ehrlich gesagt, das Thema Joggen habe ich schon mehrfach versucht und es kommt einem wirklich vor, als würde man in Anführungsstrichen völlig ersticken. Also es ist wirklich so sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, das ist ein Prozess, den man machen muss, aber dafür gibt es ja sehr viele Übungen bei Ihnen im Buch. Aber das, was ich eigentlich am spannendsten fand, war, weil es ja auch sehr viele Menschen gibt, die mit Pulsuhr laufen, um eben halt in dem richtigen anaeroben Bereich laufen zu können, dass wenn ich durch die Nase atmen kann, dass ich dann weiß, dass ich im richtigen Bereich bin. Ist das soweit richtig? Genau. Also wenn Sie sich darauf einstellen, dass Sie bei Ausdauerübungen durch die Nase atmen, dann können Sie nicht überdosieren. Sie sind dann fast, also Sie sind schon immer im aeroben Bereich. Das wird einfach nicht möglich sein, weil im anaeroben Bereich vielleicht müssen Sie durch den Mund noch Luft holen. Das machen auch dann die Sprinter. Das ist ja klar. Aber wenn Sie durch die Nase atmen, ist es so gut wie unmöglich. Und deswegen, einer, der durch die Nase atmet, braucht auch meinetwegen keine Pulsuhr. Weil sobald das nicht mehr möglich ist, weißt du, du bist im anaeroben Bereich. Das ist richtig. Und das, was Sie beschrieben haben, und Sie manchmal denken, okay, wenn ich jogge und dann atme, ich durch die Nase bekomme kaum Luft. Ja, das ist trainierbar. Wissen Sie, es gibt Völker, also meistens sind das indigene Völker, wo Frauen, die Mütter, von Anfang an darauf achten, dass ihre Kinder durch die Nase atmen. Und wenn das Kind den Mund aufmacht zum Atmen, dann wird es einfach sanft, den Mund wieder zugemacht, damit sie weiterhin durch die Nase atmen. Das ist einfach eine altüberlieferte Geschichte. Und sie wissen, dass es so sein muss, quasi, von ihren Vorfahren. Bei uns ist das alles irgendwie verloren gegangen. Und ich sehe einfach, dass die Mütter auch gar nicht mal achten, wie ihre Kinder atmen. Atmen sie durch den Mund, durch die Nase. Und wenn das Kind sich durch den Mund diese Atmung angewöhnt, verändert sich die ganze Anatomie im Gesicht. Die sehen diese Kinder sehr oft. Die können gar nicht mal durch die Nase atmen. Sie bekommen diese Polypen. Und der Gaumen wird anders. Und so bleibt es. Und die Zähne werden schief. Zähne werden schief. Das habe ich noch vergessen. Wer falsch atmet, kriegt schiefe Zähne. Ich meine, wieder einen Punkt mehr, der, glaube ich, die Leute überzeugen sollte. Die diagnostischen Merkmale. Wenn man dann schon Menschen sieht mit schiefen Zähnen, kann man sich vorstellen, dass es wahrscheinlich aus Erwachsenen auch weiterhin falsch atmet. Und das Trügerische ist, wir sterben nicht sofort daran. Das ist ja klar. Wir werden auch weiterhin leben. Aber wir können besser leben, wenn wir das verändern. Und diese Menschen, aber wir alle auch, atmen zum Teil auch nachts und den Mund. Das können wir schlecht beeinflussen. Und vor allem, wenn wir schon tagsüber gewohnt sind, durch den Mund zu atmen, atmen wir auch nachts und den Mund. Das können Sie dann vielleicht feststellen, indem, wenn Sie aufwachen, haben Sie einen trockenen Mund. Oder Mundgeruch. Oft, weil wir durch den Mund atmen. Wenn wir durch die Nase atmen würden, hätten wir keinen Mundgeruch. Sehr oft. Wenn wir, die, also die zum Beispiel, die, neulich habe ich gehört, dass die Mund-Giefer-Chirurgen und Zahnäste sagen, die Parodontitiden, also Entzündungen von Zahnfleisch, das ist eine Wunde. Das ist eine offene Wunde. Darüber jetzt wird noch mehr gesprochen in Zeiten von Covid. Das ist wirklich Einladungstor für die Viren. Und diese Wunde kann genauso groß sein wie Ihre Handfläche. So groß ist das. Das sehen wir nicht. Und natürlich, das ist, wenn alles offen kommt, die Viren, Bakterien durch. Das macht Ihnen leichter. Wenn wir aber durch die Nase atmen, kommen Sie ja gar nicht mal durch. Gut, ich glaube, wir haben jetzt alle so weit davon überzeugt, dass Sie unbedingt was an Ihrer Atmung optimieren sollten, soweit Sie es nicht schon völlig optimiert haben. Das würde ich mir freuen. Was würden Sie jetzt unseren HörerInnen als letzten Tipp geben, vielleicht um einfach mal, vielleicht einfach eine Übung oder sowas, wo man sagen würde, okay, fang doch mal damit an. Schauen Sie mal. Also, was macht mein Buch anders als die ganz, ganz viele anderen Bücher auf dem Markt, die Atemübungen geben? Ich habe mein Buch so konzipiert, dass jeder sich erkennen kann, ganz einfach aufgrund dieses Atemtests und für sich sehr einfache Übungen aufnehmen kann. Ich habe keine 83 Übungen, ich habe keine 100 Übungen. Ich habe tatsächlich in jedem Kapitel für jede jeweilige Gruppe, also ich habe vier Gruppen gebildet, eine Übung, eine erweiterte Übung und zwei quasi Upgrades. Vier Übungen, mehr nicht. Und die können skaliert werden. Wenn ich besser werde, kann ich die Übung etwas schwerer machen. Und das ist das, was ich dann empfehle. Aber wenn Sie sagen, okay, was könnte ich jetzt hier in diesem Podcast schnell empfehlen? Atmen Sie durch die Nase. Lassen Sie Ihre, Ihre Verwandten oder Ihre Freunde Sie immer wieder darauf erinnern, wenn Sie plötzlich dann durch den Mund atmen, dass Sie ihnen dann sagen, mach mal den Mund zu. Atme einfach durch die Nase. Erstens umstellen, auf die Nasenatmung, aufmerksam sein. Und zweitens würde ich empfehlen, wenn Sie tatsächlich schon trainieren wollen, wenn Sie einfach laufen durch Schöner, Hamburg oder Berlin, weniger schön oder was anderes oder auch im Wald, einfach gehen, wenn Sie gehen, dann gehen Sie, atmen Sie durch die Nase und halten Sie einfach das Atmen an. Zum Beispiel für acht Schritte, zehn Schritte. Dann atmen Sie wieder. Dann halten Sie wieder die Atmung an. Also gehen Sie zehn Schritte ohne zu atmen. Dann atmen Sie eine halbe Minute. Halten Sie wieder die Atmung an. Gehen Sie noch mal zehn Schritte. Und dann machen Sie das drei, vier Mal in einem quasi Training und machen Sie vier, fünf Mal am Tag. Das wird schon viel bringen, ohne dass Sie das merken. Wenn Sie das als Gewohnheit etablieren und beim Laufen einfach Atmung anhalten, Schritte zählen, wieder atmen, anhalten, Schritte zählen, wieder atmen, das ist schon erstes Training. Toller Tipp. Darf ich kurz fragen, würden Sie die Atmung anhalten, nachdem ich ausgeatmet habe oder nachdem ich eingeatmet habe? Nach dem Ausatmen. Idealerweise nach dem Ausatmen. Weil wenn Sie einatmen, sind Sie voll. Atmen Sie aus und laufen Sie los. Ausgezeichnet. Herr Dr. Eeroff, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich finde das Thema fantastisch, auch weil ich weiß, dass ich da selbst noch Optimierungsbedarf habe. Ich werde auf jeden Fall einige Ihrer Übungen beherzigen. Ich werde auch das Thema Cellgym als Training das nächste Mal, wenn ich im Landshof bin, auch nochmal wieder machen und freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen auch und wenn Sie mehr Informationen brauchen über das Atmen, richtiges, dann gehen Sie einfach auf meine Seite und schauen Sie die Blogartikel an, weil ich beschreibe das alles für Menschen, die keine Mediziner sind, damit sie verstehen, worum es geht. Ich unterstütze und leite bestimmte Studien. Im Moment organisiere ich eine Studie zwischen drei Universitäten, also Universitätseinrichtungen, das ist Leipzig, Addis Abeba und Kiew und wir arbeiten an Aging Markers, wir arbeiten an Merkmalen des Alterns, die sind aber festgelegt in der wissenschaftlichen Welt. Wir wissen, welche das sind, ob das Telomere sind, wir wissen und wir bereiten uns jetzt gerade darauf vor, diese Merkmale beim Intervallhypoxid Training zu messen. Aber was die Kiewer Gruppe macht im Moment, sie setzen unsere Forschung im Bereich von Alzheimer fort und wir haben festgestellt an Menschen, dass sie durch wissenschaftlich anerkannter kognitive Tests nach dem Training viel besser abschneiden im frühen Stadium von Alzheimer. Ich meine, wir wissen doch, was das ist, ich brauche das nicht zu erklären. Demenz und Alzheimer, das ist das, was uns wirklich kaputt machen wird in den nächsten Jahrzehnten, sowohl wirtschaftlich als auch menschlich. Und wir haben eine Möglichkeit, das zu verbessern. Durch Intervallhypoxid Training. Absolut. Intervallhypoxid Training bringt auch da was. Und dann haben sie was gemacht, sie haben, also bei Menschen, es ist kleine Gruppe, deswegen ist es, natürlich wird auch gesagt, okay, es ist kleine Gruppe, das ist nicht repräsentativ. Ja, aber das ist die Richtung, das ist der Trend. Wenn wir mehr Geld hätten, hätten wir auch größere Gruppe gemacht, aber es ist ja teuer. Aber was haben sie gemacht? Sie haben diesen kognitiven Test gemacht und sie haben bestimmte Laborparameter erhoben und sie haben gezeigt, dass Alzheimer Patienten bestimmte Laborparameter, die auf diese Entzündung im Gehirn auch hinweisen, runtergehen nach Intervallhypoxid Training. Und dann haben sie bei den Raten das gemacht. Also es ist natürlich immer noch so, dass wir in der Wissenschaft auch Tiefversuche machen und es gibt etablierte Tests für Alzheimer bei Tieren. Das heißt, man behandelt sie mit speziellen Mitteln und sie entwickeln Alzheimer. Und dann hat man tatsächlich drei Gruppen von Tieren genommen. Gleiche Gruppen, repräsentativ große Gruppen. und bei den Tieren ist so auch eine Katathese für Demenz. Man setzt sie in einem Schwimmbad, also einem Bassin, einem Schwimmbecken aus und sie müssen schwimmen und eine Plattform finden, die unter Wasser über Fläche versteckt ist. Das heißt, sie können es nicht sehen, aber sie lernen schnell über diese Plattform ist. Und so zeigen sie, dass sie einfach im Kopf richtig fit sind. Und da hat man Alzheimer Raten gemacht und gesunde Raten. Und eine Gruppe von Alzheimer Raten hat man mit Intervall Hypoxie trainiert sofort, nachdem sie diese Alzheimer bekommen haben, die anderen nicht. Und die Alzheimer Raten, die trainiert waren, hypoxie trainiert, genauso wie wir Menschen das machen, haben genauso schnell diese Plattform gefunden wie die gesunden Raten. Das heißt, sie haben sich in nichts unterschieden. Aber das ist ja für mich größte Faszination, weil ich glaube, ganz ehrlich gesagt, jemand, der einen halbwegs gesunden Lebensstil führt, dass der die Chance, dass der die ganz großen typischen orthopädischen Probleme gelöst bekommt, das haben wir halbwegs im Griff. Dass man, wenn man viel Ausdauersport macht oder sich insgesamt gut bewegt, dass man da dann auch das ganze Thema Herz, Kreislaufsystem halbwegs länger gut in Schuss hält, auch kein Problem. Die große Unbekannte, und das ist ja auch das, was in Nina Ruges Buch auch ein Stück weit mit drin ist, ist tatsächlich dieses Thema Alzheimer und Demenz, wo man einfach sagt, da ist ein gewisser genetischer Faktor ganz klar dabei, aber nichtsdestotrotz sind eben halt auch gewisse Lebensstil Faktoren und da wenn wir da eben halt Möglichkeiten finden, die Symptome beziehungsweise auch die Wahrscheinlichkeit grundsätzlich zu reduzieren, dann ist da wirklich meiner Meinung nach einer der wichtigsten Faktoren, den wir noch am wenigsten im Griff haben. Genau, aber jetzt haben wir das. Also wir zeigen das ganz deutlich, dass wirklich ein Training mit Sauerstoffreduktion kann dazu führen, dass ihre Neuronen sich wieder verbessern. Also es ist bekannt, es gibt eine interessante Studie, es gibt genügend Studien im Bereich von Neurophysiologie mit Intervallhypoxie Training. Es gibt ein Review, das heißt Literatur Übersicht über Anwendung von Intervallhypoxie Training bei zum Beispiel Entführung von Drogenkonsum, vor allem von Alkohol. Und das ist ein großes Thema, das haben Amerikaner gemacht unter der Leitung von Robert Mellet, Bob Mellet, wir kennen uns auch wissenschaftlich, und der hat eine wunderbare Review geschrieben und da haben sie gezeigt in diesen Studien, dass wenn man Intervallhypoxie macht, bei der Entführung von Alkoholkrankheit, führt das dazu, dass die Menschen die Entführung überleben können, weil durch Alkohol ist der Stoffwechsel im Gehirn so umgestellt, wenn wir das entziehen, entsteht so viel von einem bestimmten Stoff, Glutamat heißt das, dass der Mensch entweder muss er wieder trinken oder halt wieder sterben. Also Menschen sind nicht mal imstande das zu überleben. Wenn sie Intervallhypoxie machen, werden ihre bestimmten Zellen in Asterozyten so trainiert, dass sie diese Glutamatmenge verarbeiten können. Das heißt nur, warum ich das jetzt sage, unser Nervensystem, auch zentrales Nervensystem, ist nicht auf sich allein gestellt. Wir können das trainieren. Und Intervallhypoxie Training bietet einem die Möglichkeit in Dorsen. Was mich privat noch interessieren würde, wie oft machen Sie das selbst dieses Cell-Gym-Training? Also das quasi mit dem Gerät. Also machen Sie das täglich oder einmal die Woche oder einmal im Monat? Oder wie oft machen Sie das so? Also dank Corona konnte ich endlich mal dieses Training machen. Früher war ich nur unterwegs. Und natürlich wenn wir über Hypoxid-Training sprechen, das Gerät, was 50 Kilo wie, konnte nicht ständig mitschleppen. Das ist zum Beispiel auch, warum ich auch meine Ziele und mein Traum ist, ein Gerät zu entwickeln, was man mitnehmen kann. Da bin ich dran. Irgendwann kommt es. Wenn ich zu Hause bin, ich habe das Gerät zu Hause, dann mache ich das dreimal die Woche, dreimal die Woche und ich natürlich verändere die Dosis, gehe immer weiter höher in die Berge, aber dann mache ich auch Pause, weil ich denke, im Leben alles braucht eine Pause, wie einatmen und ausatmen, wie schlafen und wach sein. Und deswegen auch die Einnahme, ich habe mich immer gefragt, warum machen die Russen das anders als die anderen. Es war irgendwie so, alles war eine Kur, auch Vitamine eine Kur. Sie haben das immer dann abgebrochen und nicht mitgegeben, weil der Körper muss auch Mangel erfahren, der Körper muss auch Pause haben von allem. Und deswegen auch dieses Training, ich mache das Training und dann mache Pause. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann hören Sie sich doch auch mal die Folge ist möglich, das Gespräch mit Nina Ruge, auf das wir immer wieder Bezug nehmen, sowie die Folge 91 Leistungssteigerung mit Hypoxid Training. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.